so sporadisch boah hier könnt ja eigentlich was sein ich sollte mal gucken sondern auch mal da ist bestimmt was ich guck auch mal bring bring ach das war wieder godlike einer sind branchen ich hoffe 3 ja schaut gut aus ja das sieht gut aus klar mal einen fix safe machen hier was war das da ich wollte eben schon überlegen war gut dass ich einen safe gemacht habe aber schwarze töten hörte die bongo musik das ist ja mal voll mit vorurteilen belastet nur weil sie aus dem dschungel kommen können sie nur bongo musik spielen oder was meine fresse komm ich hier her ja ja und war denn das für eine rutsche dann guck mal dahin hab ich ja sag mal hab ich jetzt wer war das da 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 liegt doch ein medik weg da 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 so so leute da bin ich dann auch direkt wieder weiter geht's mit TR3 waa yeah schon wieder so ein bimbo die haben's auf mich abgesehen nur weil ich weiß bin scheiße ey die vermehren sich aber auch wie die anderen halt h das geht hier in dem DOR weh da ist noch so einer woa Stylomat habe ich den abgeknallt ne blinkt was aber ich habe da vorhin was anderes gesehen in dem Haus warte ist hier äh sicher Lara, lauf! Lara? 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 War was? Wichser, alter? JA! Wichser! Alter, aus Nix! Ich habe keine Wut auf irgendwelche Menschen. So. Ey, was ist denn das für ein Scheißhaus? Also, nicht Scheißhaus, sondern Scheißhaus. Ist ja nicht wahr. Wirst du voll verarscht? Die schrennen da rein und um... Tod. Halt! Ne, nix drin. Wirst du verarscht? Klingt gut. Hm. 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 Wur Vers Egypt Klar wars? Oh, cool. Hey Leute, wir haben doch den Stand dercioste. zwischendurch so. Wir haben noch nicht die 500 erreicht. Also so, Leute, da sind wir dann auch direkt wieder bei Spastenrider. So, ich bin total interessenlos, wo es jetzt lang gehen könnte. Irgendwo hat vorhin noch so ein Speicherkristall geblinkt. Jawoll. Was geht hier? Nix. In der Hülle war nix. Da war das Cheater Medipack. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, das stirbt einfach nur Lara Medipack. Cool, was geht denn hier? Hey, fett. Da ist Rotenboni. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich jetzt echt noch einen Schaden gekriegt? Einen Schadenspunkt? War das hier zu hoch? Sind mal Pussy heute oder was? Sag mal, du bist so so brunz... Ey, Fetterson. Ach du Scheiße, das ist die Rutsche, aus der ich dann komm, wenn ich den anderen Speicherkristall gerobt hätte. Ey! Geh sterben, du Bimbo. Ich pack's nicht, Alter. Wieso alle probieren mich umzunieten hier? Ich hab niemandem was getan. Also... Fast. Keinem. Das ist schon wieder so. Hab ich schon? Fett. To Loser. Wird ja immer geiler mit den Bimbis. Uzzer. Komm. Die nächste gleich. Ab hier! Okay. Okay. Mal wieder Bimbi-technisch safen. Bis gleich, oder? So. Wer zum Kuckuck baut... Ups. Ich wollte gerade sagen, wer zum Kuckuck baut so weit weg eine Schaltung für so eine dämische, beschissene Brücke, ey. Ey, die haben doch echt kein Leben, die Bimbis. Oh ja, ist ja gut jetzt. Mach hier ne. Soll ich mal wieder von der Scheiße wegkommen. Ist ja gut jetzt. Mann. Das klappt doch niemals. Oh, die kann drauflaufen. Wie machen wir jetzt nen Leichenbad oder wat? Ey. Puh. Du dummes Stück Scheiße. Komm, gleich der nächste. Oder? Haben wir noch ein paar. Ah. Du bist ja der Hammerfeind. Du rennst mir ja gleich mal hinterher. Wo war die Scheiße? Wo war die Scheiße? Irgendwo da hinten, gell? Ich bin bei dem Drecks Medipack. Das ist auch nix. Immer noch günstiger ist Fackeln zu benutzen. Jo. 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 klar. Ich fass das nix. Wo kommen die denn jetzt her? Kranke Stück Scheiße ey. Die haben aber die Täscher gut gegen Tauben geschützt. Da ist ein bisschen was sinnvolles drin. Warte. Der Boden vibriert net. Das heißt nix Scheiße. Das heißt nix. Mal sehen Sie nicht nix. Kuh? Pfff, schwer wär's, ne? Sag mal, hab ich jetzt automatisch alle Sequenzen? Sag nicht. Nee. Nee, Alter, guckt euch den Kaiser an. Ich pack's nicht. Ich krieg mich nicht mehr. Das müssen wir gleich mal hier festsafen. Das ist ja geil. So. So.